hallo zusammen ja ich bin zurück zwei sehr anstrengende und aufregende drehtage hinter mich gebracht ja ja zu der sendung kann und darf ich leider noch nicht sagen außer die wird noch dieses jahr ausgestrahlt aber ich sage euch vorher bescheid damit ihr guckt ich bin zurück und wir kochen wieder gemeinsam ich habe schon das eine andere mitgebracht was wir hier auch mal machen aber neues bis später